No justice, no peace. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Unter diesem Motto demonstrieren immer wieder viele Menschen gegen Rassismus und Gewalt. Ursprünglich stammt dieser Satz von Malcolm X, einem US-Bürgerrechtler und politischem Aktivisten. Er gilt heute als wahre Ikone der US-Bürgerrechtsbewegung. Dabei ist er nicht unumstritten, denn er war bereit, seine Ziele auch mit Gewalt durchzusetzen. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch ein bisschen genauer erzähle, wer Malcolm X war. Und genau das machen wir an dieser Stelle. Also wir sprechen darüber, was waren seine Ziele und was hat er erreicht? Alles, was ihr über ihn wissen müsst, jetzt. Wenn wir ein biografisches Video machen, ein sogenanntes Biopic, dann stellt sich immer die Frage, mit welchem Moment im Leben der Person wir beginnen sollen. Bei Malcolm X könnte das der 21. Februar 1965 sein. Ort? Der Audubon Ballroom in New York. Malcolm X steht auf der Bühne, als unter den Zuhörern ein Streit ausbricht. Plötzlich zieht ein Mann eine abgesägte Schrotflinte unter seinem Mantel hervor und schießt dem schwarzen Bürgerrechtler direkt in die Brust. Malcolm X bricht zusammen und stirbt. Dabei war er sich der Gefahr durchaus bewusst. Nur wenige Wochen vor seinem Tod fragte ein Journalist den berühmten Bürgerrechtler, ob er keine Angst vor einem Attentat hätte. Und Malcolm X antwortete, oh ja, wahrscheinlich bin ich schon ein toter Mann. Aber abgeschreckt hat ihn das nicht, wie so oft in seinem Leben. Malcolm Little, so ist sein Name damals, kommt am 19. Mai 1925 zur Welt und zwar mitten in den USA, in Nebraska. Von Anfang an erfährt der Junge den damals alltäglichen Rassismus in den Vereinigten Staaten. Gesetze schließen Schwarze vom öffentlichen Leben aus. In Bussen werden zum Beispiel die besten Plätze für Weiße reserviert. Die angeblichen Rassen sollen so weit wie möglich voneinander getrennt werden. Mitglieder des rechtsextremen Ku Klux Klans machen Jagd auf Schwarze. Aber die Justiz geht den Lünchmorden nur selten nach. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch gerne mal unser Video zur Geschichte des Rassismus in den USA an. Das haben wir euch oben auf dem i verlinkt. Auch in seiner Familie hat Malcolm es nicht leicht. Sein Vater stirbt bei einem Unfall, hinter dem seine Familie einen Mord vermutet. Als Malcolm ein Teenager ist, erleidet seine Mutter einen Nervenzusammenbruch und kommt in eine psychiatrische Einrichtung. Der Junge lebt dann bei einer weißen Pflegefamilie. Er bringt zwar gute Schulnoten mit nach Hause, aber als Schwarzer sind ihm damals viele berufliche Wege verbaut. Malcolm zieht es nach Detroit und New York. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Und mit Kriminalität. Er dealt mit Drogen. Er stiehlt, er bricht ein. Dieser Weg führt ihn schließlich ins Gefängnis, wo er sich selbst fortbildet. Er liest viel und lernt über Geschichte und Philosophie. Außerdem kommt er in Kontakt mit der Nation of Islam. Wichtig mit dem Islam, wie wir ihn als Religion kennen, hat diese Vereinigung wenig zu tun. Die Nation vertritt sogar zahlreiche Ansichten, die muslimischen Glaubensgrundsätzen widersprechen. Die genaue Ausrichtung ist sehr komplex. Ganz vereinfacht gesagt steht hier Islam vor allem als Symbol zur Abgrenzung gegenüber der weißen Bevölkerung, die mehrheitlich christlich geprägt ist. Der Anführer Elijah Muhammad glaubt an die Black Supremacy, eine Überlegenheit der Schwarzen und fordert eine strikte Trennung der angeblichen Rassen. Die Nachfahren der Sklaven sollen einen eigenen Staat in den USA bekommen. Und solange das nicht möglich ist, sollen zumindest gleiche Rechte gelten. Zum Beispiel, dass sie die gleichen Toiletten benutzen dürfen, die weiße. Und weil die Nachnamen der schwarzen Bevölkerung oft noch aus Zeiten der Sklaverei und von den Sklavenhaltern stammen, ersetzen die Anhänger der Bewegung ihre Nachnamen durch das X, X. Daher auch Malcolm X. Der neue Name soll den Bruch mit der Vergangenheit symbolisieren. Nach seiner Zeit im Gefängnis wird Malcolm ein enger Vertrauter von Elijah Muhammad. Er ist sehr charismatisch, sieht gut aus, ist gebildet und schlau und er verfügt über ein großes rhetorisches Talent. Dank ihm wird die Nation of Islam ab Mitte der 1950er Jahre immer populärer. Vor allem junge Männer aus sozial schwachen Schichten schließen sich der Bewegung an. Aber auch der erfolgreiche Boxer Cassius Mattelos Clay wird ein Mitglied und nennt sich von da an Muhammad Ali. Ihr wisst vielleicht, dass zur selben Zeit auch eine andere schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA entsteht. Nämlich unter Martin Luther King. Auch über diesen Mann haben wir schon mal ein Video gemacht und ihr werdet euch schon gedacht haben, das ist oben auf dem i verlinkt. Aber King und Malcolm haben wenig gemeinsam. Ganz im Gegenteil. Malcolm positioniert die Bewegung als radikalen Gegenentwurf zu Kings friedlich gesinnter Bewegung, die mit Demos, Protestmärschen und Sit-ins für Gerechtigkeit und Aussöhnung kämpft. Malcolm X dagegen ist bereit, seine Ziele auch mit Waffengewalt zu erreichen. Er ruft zur Selbstverteidigung der Schwarzen auf und fordert nicht Aussöhnung, sondern Vergeltung für erlittenes Unrecht. Das ist ein großer Unterschied. Der Wahlzettel sei so mächtig wie eine Patrone. Und wenn man den Wahlzettel nicht benutze, dann müsse man eine Patrone benutzen, predigt er. Ihr könnt euch vorstellen, dass das die Gesellschaft aufregt. Nicht nur Weiße, sondern auch viele Schwarze halten die Jünger der Nation of Islam für gefährliche Rassisten. Malcolm X selbst sieht sich lange als eine Art Apostel und Elijah Mohammed als unfehlbaren Propheten Gottes. Aber mit Beginn der 1960er-Jahre zerbricht diese enge Beziehung Stück für Stück. Malcolm drängt auf politische Aktionen. Mohammed lehnt das ab. Auch innerhalb der Bewegung rangeln die beiden um die Macht. Als der damalige US-Präsident John F. Kennedy 1963 ermordet wird, entzweien sich die beiden Anführer endgültig. Denn Malcolm X will sich mal wieder ganz bewusst politisch einmischen, indem er sagt, man erntet, was man sät. Damit löst er einen echten, heute würde man sagen, Shitstorm aus. Selbst die Nation of Islam fürchtet, damit den Staat gegen sich aufzubringen und erteilt Malcolm ein Redeverbot. In den Moscheen wird er von den Predigern verdammt und letztlich sogar aus der Nation ausgeschlossen. Im Frühjahr 1964 gründet Malcolm X dann seine eigene Organisation, die Afroamerikanische Einheit. Die Idee dahinter ist, durch internationale Kooperationen etwas für die Schwarzen in den USA zu erreichen. Außerdem nähert sich Malcolm jetzt Martin Luther King ein bisschen an. Bisher hat er dessen Politik mit einem Betäubungsmittel verglichen, das die unterdrückten Schwarzen ruhigstellen soll. Und auch seine berühmte Rede, I have a dream, ich habe einen Traum, kritisiert Malcolm Schaaf. Er sagt, ich bin kein Amerikaner, sondern ein von Amerika unterdrückter Schwarzer. Ich sehe einen amerikanischen Albtraum. Aber für den Aufbau seiner Organisation braucht er Verbündete. Außerdem scheint er bereit, seine Ziele und Methoden zu überdenken. Er bittet Anführer anderer Bürgerrechtsbewegungen, wie Martin Luther King, indirekt um Verzeihung. Für seine oft überzogene Kritik. Aber die reagieren ziemlich reserviert und sind nicht wirklich bereit, Malcolms neue Organisation zu unterstützen. Und dann gibt es einen entscheidenden Wendepunkt in Malcolms Leben. Seine Reise nach Mekka. Durch die Begegnung mit Muslimen vieler Nationen wendet er sich von seinem rassistischen Denken ab. Er ist sogar bereit, mit Weißen zusammenzuarbeiten, um den Rassismus zu überwinden. Al-Hajj Malik Al-Shabaas, wie er sich nach seiner Pilgerfahrt nennt, reist durch einige afrikanische Länder. Dort trifft er Vertreter der antikolonialistischen Freiheitsbewegungen. Malcolms meint jetzt zu erkennen, dass der afrikanische und der afroamerikanische Befreiungskampf zusammenhängen. Beide Formen der Unterdrückung und Ausbeutung müssen seiner Meinung nach miteinander überwunden werden. Er findet jetzt versöhnlichere Worte. Bei einer Rede in New York sagt er das, was heute noch oft zitiert wird. Man kann Frieden und Freiheit nicht voneinander trennen. Niemand kann friedlich sein, solange er nicht frei ist. In Kurzform keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Den früheren Brüdern der Nation of Islam gilt Malcolm damit als Verräter. Er bekommt Morddrohungen. Sein Haus wird in Brand gesteckt. Seine Familie und er entkommen nur knapp. Die Polizei engagiert sich nicht besonders, um die Schuldigen zu finden. Viele Ermittlungen verlaufen im Sande. Vermutlich auch, weil Markkampf vielen ein Dorn im Auge ist. Unter Umständen noch bei der Polizei. Der Angriffene wehrt sich. In einem Fernsehauftritt spricht er Muhammad, dem Anführer der Nation, jede Autorität und jeden Glauben ab. Macht dessen außereheliche Kinder öffentlich. Außerdem sagt er, ein Mensch sollte nicht nach der Farbe seiner Haut bewertet werden, sondern aufgrund seines bewussten Verhaltens sowie seiner Einstellung und Taten anderen gegenüber. Das ist eine glasklare Abwendung von der Lehre der Nation. Außerdem ist Malcolm bereit, mit den Steuerbehörden zusammenzuarbeiten, um deren unsaubere Geschäfte aufzudecken. Doch bevor es dazu kommt, wird Malcolm am 21. Februar 1965 im Alter von 39 Jahren niedergeschossen. Drei Männer, Mitglieder der Nation of Islam, werden verurteilt. Erst Ende 2021 werden zwei Schuldsprüche wieder offiziell aufgehoben. Tatsächlich sind die Umstände der Tat, vor allem die Frage, wer den Auftrag dazu erteilt hat, umstritten und nicht vollständig aufgeklärt. Um Malcolm X Tod ranken sich bis heute jede Menge Verschwörungserzählungen. Und was bleibt vom schwarzen Bürgerrechtler? Seine späte Vision einer politischen Bewegung, die international vernetzt ist und die für die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA und die durch den Kolonialismus unterdrückten Völker Afrikas eintritt. Die ist gescheitert. Zwar entdecken radikale, schwarznationalistische Gruppen Malcolm X für sich und ihre Zwecke, aber insgesamt wird Malcolm von der Öffentlichkeit zunächst ziemlich vergessen. Erst in den 1980er Jahren, als sich die Situation vieler Schwarzer in den Vereinigten Staaten wieder verschlechtert, erinnert man sich auch wieder an ihn. Er wird zu einer wahren Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Immer mehr Menschen ziehen mit seinem Konterfei und mit Bannern, mit seinen Worten auf die Straßen, um gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze und mehr Gerechtigkeit vor Gericht zu protestieren. Malcolm X steht für den kompromisslosen Kampf gegen Ungerechtigkeit. Dabei picken sich diejenigen, die sich auf ihn berufen, die jeweils passenden Elemente heraus. Mal die radikaleren, mal die versöhnlicheren. Es gibt Songs und Filme über ihn, Merchandise, auch einige Posts, übrigens auch auf unserem Instagram-Kanal. Schaut da gerne mal rein, unten in der Infobox ist er verlinkt, wenn ihr noch mehr erfahren wollt. Eines hat Malcolm jedenfalls bewirkt. Er stärkt das Selbstwertgefühl der Schwarzen. Viele, die ihn schon damals erlebten, sagen, er hat uns die Angst genommen, uns für uns selbst einzusetzen. Mich würde da mal interessieren, was denkt ihr denn, wie wir Malcolm X heute bewerten sollten? Ist es angebracht, seine Aussagen auf Black Lives Matter-Demos zu zeigen? Oder sollte man sich von seinen Methoden lieber distanzieren? Ich weiß, es ist ein umstrittenes Thema, also bitte bleibt sachlich in den Kommentaren. Und ich weiß, ihr bekommt das gut hin. Hier neben mir findet ihr noch das Video zu Martin Luther King, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, und darunter ein Video über Rassismus von Terra X. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.